Das ist schön, dass der Anführer jetzt angreifbar ist, aber das hilft mir nicht weiter. Das ist wahrscheinlich das. Ja, und da werden wir dann den Anführer suchen müssen und das war's dann. Wird er haben. 100%. 100%. So, dadurch, das war eigentlich schon wieder fast Stufe 3. Das ist also das Gesicht des Krieges. Ganz anders, als es dir Geschichten erzählen. Die Metropolis Megara. Mit Sicherheit finde ich hier den Anführer. Ha, die können einfach da eine chillen. Ja, moin. So, gute Folge. Äh, der war wieder nicht in die Mission perfekt. Den Händler, den Händler könnt man auch mal aufsuchen. Ja, suchen wir den Händler auf. Erst recht wegen der Tafel. Was ist schief? Das könnt ihr euch liefreich sagen. So, dann schauen wir mal bei einem vorbei. Was war denn der erschienen? Osser, dass wir ihn jetzt abgestockern. Amoio. Eigentlich, ich glaube, ich zwar jetzt... ...nicht hier, die ich da... ...angreifen, aber noch gut. Kann halt passieren. Malacken ist super. Ja, jetzt kämpfen wir jetzt alle gegen mich, oder was? Warte, frag. Ach, komm, du Wichser. Mehrereise. Jetzt schießt mir dann noch mehr. Hunderttausend Mal. So, ich spier's aber, die ganze Zeit pfeifen. Das muss ich auch sagen. Na, komm. So, zerfickt. Was? Ja. Das ist richtig. Ich freue mich schon mal. Ich seh' sie. Äh... Na, warte. Vielleicht ist der, wie ist das jetzt gewesen? Du hast die ganze Zeit... Bas. Na, warte. Na, warte. Dann mach mal den nächsten. Na, moin. Ich glaub, die werden schon langsam kummern, die Söldner. Da wüsst du einfach nur... Alle Meier machen, damit du irgendwie rauskommst. Sonst interessiert's mich eh nicht. Ah, super. Jetzt ist er auch schon da. Jetzt ist's auch schon wurscht. Ah, warte. Mal gleich noch einsammeln. Noch moin. Gleich. Ja, jetzt... Ja, jetzt wird's gehen. Perfekt. Ah, was haben wir denn so schönes? Ach, ich schmarrn dir halt nicht, der weiß. Ah. Ja, man hat's eh gemerkt, wie viel Holz wir wirklich brauchen, ne? Du magst gleich verkaufen. Perfekt. Alles, was wir doppelt haben. Egal nicht. Brauchen wir nicht. Handelsgüter können wir ja dann auch noch sowieso später verkaufen. Ah, da... schon wieder kurz... Ja, ich würde sogar behaupten, unsere 3, 2... 3, 3 sind schon mal fix. Ja, definitiv. 3, 5 vielleicht sogar, wenn wir mal fix haben. Ah, ja, andersgüter waren doch eher billig. Mal. Auf zum Anführer. Oh. Perfekt. Aber wieder eine neue Mission. Auf zum Anführer da. Was haben wir denn da stehens? Du bist der Anführer. Ja. Fuck. Ja, wissen wir. Der Anführer der Athena ist tot. Ich geh jetzt zur Stentor zurück. Der chillt ja die ganze Zeit. Aber ich hab immer gedacht, noch einer. Was ist mit ihm los? Der chillt da einfach. Bin mir jetzt fix nicht gedacht. Was ist mit ihm los? Ja. Okay. Okay. Ich hab jetzt keine Ahnung,